Oh, hallo Jürgen, hallo Ivan, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hallo Jürgen Trittin, ja genau, herzlich willkommen zu Rasputins Vlog, eine Antwort, ja, an den Vater des Dosenfans, ja, sozusagen, ja, Jürgen, aus der Partei Bündnis 90 die Grüne, ja, er hat eine sehr interessante Frage, ja, an uns, er hat nämlich als Bundesumweltminister festgestellt, dass er 4500 Tonnen Atommüll hatte und als er dieses Problem nicht beseitigen konnte in den acht Jahren, in dem er, äh, sieben Jahren, in dem er da im Stuhl saß, ja, fragte halt jetzt die Webgemeinde, ja, wie man das denn beseitigen kann, ja. Und hast du Antwort? Ja, also ich habe eine Antwort darauf, ja, also, ähm, falls ihr es noch nicht wisst, ja, ich bin ja Russe, ja, und, äh, als ehemaliger Bürger der Sowjetunion, ja, ähm, sind wir mit Atommüll, äh, sehr gut betraut, ja, also Tschernobyl, ja, liegt zwar eigentlich in der Ukraine, ja, aber, ähm, wie gesagt, auch wir wurden verstrahlt, ja, und das waren weit mehr als 4500 Tonnen, ähm, die da halt einfach in die Umwelt gelangten, ja, Ja, also, ähm, das sieht heute noch böser aus, ja, also es gibt, äh, so zum Beispiel einen roten Wald, ja, also der, äh, leuchtet halt nachts rot, ja, also der liegt heute auch in Tschernobyl und, ähm, ist eine Sehenswürdigkeit heute und damit kann man halt dann auch mal ein paar Extradollars machen, ja, aber natürlich ist klar, sowas kann man, sollte man nicht tun, ja, ähm, ihr habt ja versucht, euren Atommüll hier jetzt bei einem Kalk, äh, Gestein, ja, funktioniert, nicht, ja, und deshalb würde ich euch vorschlagen, wenn man in Deutschland nichts entlager macht, macht es so wie früher auch, verkauft es nach, nach Frankreich, ja, oder nach Russland, oder andere Staaten, die halt unser Müll gerne nehmen, für ein paar Dollar, ein paar Euros und, äh, dann ist das Zeug hier weg. Oder einfach nach Türkei. Ja, ich meine, ich sag ja, also Abnehmerländer wird man auf jeden Fall finden, ähm, die also auch für ein paar Euro, auf gut Deutsch, halt, ähm, Bergaushöhlen und da halt den Atommüll halt lagern, ja, also das ist jetzt vielleicht nicht die Antwort, die ein Grüner erwartet, aber, äh, man kann... Ja, es gibt ja auch in Russland ein Sprichwort, ja, ähm, wenn Kinder strahlen, dann, ähm, ist das wieder Augapfel von, äh, ja, halt so, gibt's ja. Naja, zumindest, ähm, man kann ja Atommüll nicht neutralisieren, also muss das irgendwo entgelagert werden, und, äh, solange das halt, das haben sie ja schon gesagt... Wenn die mir geben viel Geld, isst du in meiner Wohnung? Ja, eben, also, ähm, für Geld tut der Iman alles, und seine Familie auch, also, ähm, entlagern irgendwo, wo es halt keinen stört, ja, oder, wie gesagt, ähm, wo man halt mal einen leuchtenden roten Wald haben will, ja. Ja, also das soll's dann auch, äh, jetzt mal gewesen sein, ja, ähm, und auch, äh, für dich, Jürgen, ja, gibt's hier mal eine schöne Autogrammkarte von mir, ja, schick ich dir zu, ähm, der Claudia kannst du auch eine überreichen, ja, ähm. Und, äh, den Cem auch, ähm, ähm, den Tarek auch, und, ähm, den anderen, äh, Prominenten, die ich, äh, jetzt so, ach, der hat den Boris Palme hier, den Oberbürgermeister von Tübingen, ja, den kannst du auch eine geben. Also, ich schick euch mal, einfach mal ein Set. Okay, ähm, wenn du ein bisschen Zeit hast, ja, wenn du, wenn's dir wieder ein bisschen langweilig ist auf der Oppositionsbank, ja, dann, ähm, kannst du auch mal meinen Vlog anschauen, ja, ähm, unter www.rasputin.tk, ja. Oder einfach YouTube-Channel-Seite auch. Ja, genau, also da, äh, äh, äußere ich mich dann auch mal, ähm, zu anderen Themen. Ja, dann, ähm, ja, mach's gut, äh, guten Wahlkampf, und, äh, ja, bis bald. Mach's gut, ciao! Ähm, meinst du, das schafft's jetzt ins ZDF? Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht. Vielen Dank.